Ich erinnere mich an den Tag, als unser Direktor, Tom, kam zu mir und hatte einen Plan über dieses fantastische Projekt. Er war es, ich dachte, es ist da oben, Unter-Tag. Wir haben ja auch keine Mittel gehabt. Wir waren ja quasi nackt auf der Bühne. Wir haben ja nichts zum Essen gehabt. Ab und zu mal haben wir, in den Anfangszeiten haben wir gespielt für ein Bier und ein Würstl. Aber es war schon hart. Natürlich gab es Höhen und Tiefen, wie in jeder anderen Entstehung eines Filmes. Anfänglich hatten wir vor allem zu kämpfen mit dem ehemaligen Alkoholproblem eines der Hauptdarsteller. Es war sehr schwierig für mich, diese Sprache zu lernen, weil ich nicht die Worte verstehe. Ich sage nur die Worte und weiß nicht, was sie bedeutet. Es war sehr schwierig für mich, wegen der Blöden. Ich wusste nicht, wie die Leute meine Blöden zu hören. Es war sehr schwierig. Also habe ich das gelernt, indem ich es sagen konnte. Ich erinnere mich, dass das am schwierigsten war, dass es mich sehr schwierig war. Es war sehr unglaublich für mich. Ja, ich muss sagen, es war ein sehr aufregendes Projekt. Ein weiteres in meiner Laufbahn. Ja, möchte ich fast sagen, als künstlerischer Leiter und als Ikone meines Fachgebiets. Es war sehr bedörend, fast schon. Diese sehr intensive Zusammenarbeit mit dem gesamten Stab, der da vorhanden war. Und es war sehr, sehr, ja, ich möchte schon fast schon sagen, meditativ in einigen Sequenzen. Und als ich auf das Set kam, war es unglaublich. Alle Lichter, alle Farben, sehr schön. Es war so schön für mich, da zu sein und ich war so stolz, zu sein, da zu sein, mit all diesen Lichter und Farben. Und es war das beste, was ich, das ich noch nie gemacht habe. Es war der beste Film, ich denke. Und am Anfang? Vielen Dank.